Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Benni und ich zeige euch heute meinen weiteren Fortschritt vom LEGO Skater. Wie ihr seht, es hat sich einiges getan, die Plattform sowie der Hintergrund ist fertig. Der Schriftzug hat auch seinen Platz gefunden, es fehlen lediglich am Arm noch ein paar Deko-Elemente und vorne im Kassenbereich fehlen noch die Zäune und die Lichtmasse. Drehen kann sich das natürlich auch alle schon, so wie ihr hier seht. Ja, ich würde sagen, schaut euch das Video einfach mal an und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich verabschiede mich hier schon wieder und sage bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.